Ich höre doch jemanden! Da! Ach du Scheiße! Klar im Moment! Na der war doch gut, oder? Okay. Zumindest haben wir noch ein Buch zum Lesen zwischen uns. Jetzt singen die auch noch. Na toll. Oh! Au! Verdammt! Ich glaub ich hab mit Köpfchen gestoßen. Na gut. Okay. Also. Gut. Hier wurde was gespeichert. Wir gucken uns mal hier an. Nein. Wir gucken uns jetzt mal... Nein. Ich will lesen was da drauf steht. Auch dann nicht. Dann möchten wir aber jetzt auch kein Feuer haben. Dann ist mir jetzt auch egal. Ähm. Ähm. Also mit dem M. Hier komm ich unheimlich gut klar. Wie ihr merkt ja. Ich mein hier sind wir jetzt durchgegangen. Ich weiß nicht ob wir noch zurückgehen können für irgendwie gegebenenfalls irgendwas aufzusammeln. Mach die Lampe mal aus. Mach die Lampe mal aus. Muss uns ja nicht unbedingt jemand sehen. Dann machen wir auch mal die Taschenlampe aus. Hier haben wir noch Feuerchen. Häh. Häh. Ups. Da hinten sind ja böse Buben. Okay. Dann... Ja. Mach das Feuerchen aus. Jetzt ist aber gut. Jetzt würde ich sagen holen wir uns mal hier die Waffe. Ich glaub die hat ja einen Schalldämpfer drauf. Mal ganz vorsichtig hier schnell eh. Okay. Gut. Super. Hier ist nichts. Was? Okay. Wie kommen wir denn hier am besten durch? Ich weiß nicht, sollen wir den erschießen? Genug geredet. Raus jetzt! Ausstellung nehmen! Man sieht uns bestimmt hier oder? Oder wenn wir jetzt hier runterfallen tut uns das weh und dann äh... Oh nein. Nein. Wie in... Wie in allen Gottesnamen sollen wir hier durchkommen. Vorsichtig. Vorsichtig. Der läuft jetzt noch da vorbei. Okay. Die sind jetzt da runtergelaufen. Sollen wir auch da runterlaufen? Oh. Wir laufen jetzt auch mal da runter. Die laufen weg. Wo? Ich weiß nicht mehr wem oder was ich... War das sehr auffällig? Ja, das war's. Ja, shit. Nein! 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 Moment! Moment! Scheiße. Nee. Einige Fallen können entschärft werden. Suche hierzu ihren Auslösemechanismus und drücke i, um sie zu entschärfen. Gut. Wenn wir eine finden, werden wir's tun. Wenn wir dran denken. Ähm... Ja. Das war jetzt nicht so schön. Gibt's denn eh noch... Okay, jetzt haben wir hier schon ausgemacht. Das ist gut. Vielleicht müssen wir langsam vorgehen. Weil... Jetzt sind ja zu viele Leute hier. Redet der mit jemandem? Nein! Haben wir Alarm ausgelöst? Oh! Was ist jetzt? Was war jetzt? Jetzt sind sie auf uns aufmerksam geworden. Naja, gut. Ja, verpass mir eine. Genau. Wenn du mich dann triffst, ne? Ich glaub, hier das Feuer können wir jetzt nicht so ausmachen. Was haben wir denn für eine Waffe? Wir haben die Waffe, wir haben die Waffe und wir haben die Waffe. Au, 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 au! Na, wirst du wohl das sein lassen. Oh, der ist gut gepanzert gewesen. Der ist verdammt gut gepanzert gewesen. Deswegen, ähm... Jetzt hört doch mal auf, Jungs. Ey! Aufhören hier! Hallo! Aufhören! Hab ich doch mal gesagt hier! Shit! Shit, shit, shit. Jetzt ist gut hier! Jetzt möchte ich kein Ton mehr hören hier! Verdammte! Wenn ich wüsste, wie ich besser mit diesem blöden Menü da reinkomme, ja? Dieses, dieses M, wo ich immer dieses Feuerzeug anmache. Weil dieses Feuerzeug, äh, bringt mich in die Bredouille, ja? Wenn wir auf Steuerung drücken, drücken Tastaturbewegung Waffengepäck. Mit M können wir das Feuerzeug alias das Journal hervornehmen, indem wir da ein M halten drücken. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Äh, ja, ist okay. Okay, dann gehen wir in dieses Journal, in dem wir jetzt M drücken. So, ich will das aber lesen. Oder gibt es hier keinen... Ach, verdammt. Näh. Näh. Okay, vorsichtig. Vielleicht haben sie mich noch mal gesehen. Oh, oder auch doch. Oder auch doch. Ja, Moment. Wollen wir mal gucken. Machen wir mal hier Brand. Weil ich weiß jetzt, wie wir die Brand einsetzen. Und dann tun wir das auch. Die stehen hier gegenüber. Ja, genau. Sucht mich mal. So, Käpfchen. Käpfchen getroffen. Was macht er jetzt? Ach, stopp. Die einen haben mich langsam gesehen. Ja, ja. Komm, hier. So. Wartet. Wir nehmen grad noch mal so ein Muni-Kit. Dann kriegen wir das ganz bestimmt auch jetzt hin. Komm. Nochmal, nochmal Muni-Kit. Nein. Mist. Wir müssen es leider noch mal tun. Vielleicht... Vielleicht... Moment. Ich mach ja meistens irgendwie so ein Anfangsfehler. Vielleicht müssen wir ja auch in die andere Richtung gehen. Vielleicht... Ist das schon die Lösung. Dass wir mal grad hier in die andere Richtung gehen. Wir machen das Feuer schon da nicht aus, weil wir es nicht können. Hier lag ja sonst auch nichts weiter rum. Die Lampe da hat mal ausgemacht. Hier ist auch alles okay. Okay. So. Entschuldigung. So, den haben wir jetzt auch getötet. Vielleicht können wir von denen noch irgendwie was entnehmen, was uns zunutze sein könnte. Also wir haben von der Waffe 3 in 3 Schuss und von der, weil das im Prinzip dieselbe ist. Hier ist sonst nicht. Aha. Schöne Sache. Oh, was ist das denn? Was haben wir jetzt gefunden? Nachtsichtgerät. Nachtsichtgerät. Wir haben Nachtsichtgerät gefunden. Kleine Mensch möchte grad eintauschen. Und zwar... Welche Waffe möchte ich eintauschen? Vielleicht tauschen wir die hier ein. Mit dem... Mit dem Schalldämpfer. Oh, die hat einen Schalldämpfer drauf. Und die aber irgendwie auch... Egal, wir bleiben jetzt bei der Waffe. Ich denke, die sind ganz gut. Hier haben wir noch ein paar Messer drin und Muni-Kit. Das ist schon mal... Also Muni... äh... nicht Muni... ähm... Medipack. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja, ansonsten ist ja hier... nichts. Was ist das? Man kann's nicht genau erkennen. Sagt zuerst optisch aus wie ne Bärenfalle. Okay. Was haben wir jetzt? Wir haben so ein Nachtsichtgerät mit... Oh, oh. Shit, 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 shit. Moment. Wir wählen Feuer aus. Kann man das hier ausmachen? Ne, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, sie kommen. Okay, wenn wir uns zusammenreißen... Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Die wir nicht einsammeln können. Weil das nicht zu unserer Waffe gehört, diese Munition. Aber wir konnten jetzt... Machen wir die Lampe aus. Okay, gut, 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 gut. Ich glaube, ich glaube... Ja, schön einsammeln. Schön einsammeln. Das ist besonders wichtig. Oh, shit. Wir müssen uns jetzt hier langsam vorschießen. Wenn das Fadenkreuzrot wird, wissen wir... Ja, ja. Moment. Lass mich konzentrieren. Ja. Da war noch einer. Das Interessante ist die... Ne, ne, ne... Ja, gut. Lauf ins Feuer rein. Wir haben eine Aromenschaft freigeschaltet. Schießwütig. Bestimmt hätte man das hier auch anders lösen können. Aber... Ich bin ja dazu geneigt, vielleicht wechseln wir... ...die Waffe hier noch mit der Shotgun. Dann... Kann man die noch nachladen? Wie viel Schuss hat die denn? Sechs Stück. Okay, das ist zumindest schon mal ne Ansage. Wir wechseln aber wieder zu dem Gewehr hier. Weil ich muss ganz zuerst sagen, Gewehr ist so meins, ja. Also... Schnellschuss, Fielschuss, Einschuss, ja. So, jetzt sind wir schon... Ich glaube, das war ganz gut. Also, für die... Für die Anfänglichkeit, die natürlich wieder etwas schwierig war, finde ich das hier jetzt gar nicht so verkehrt. Also, jetzt haben wir Nachtsicht. Okay, wir sammeln natürlich noch alles hier ein. Hier blinkt natürlich alles. Da ist natürlich alles sehr attraktiv. Was ist das da für eine Waffe? Die sieht natürlich auch ganz gut aus. Ah, die wollen wir jetzt nicht. Ist jetzt gut so. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich drücke jetzt mal N. Oh. Ja, Moment. N. Ich muss mal N gedrückt halten. Hä? Habe ich jetzt N drin, oder? Leute, ich raff das nicht. Ich drücke N. Ich kann auch direkt N gedrückt halten, aber irgendwie funktioniert das nicht ganz. Hä? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ähm. Zieh die Gasmaske wieder aus. Zieh sie wieder aus. Boah. Also, manche Sachen, ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall hier aufgeräumt. Aber die Gasmaske nervt jetzt irgendwie. Kann man die nicht wieder ausziehen? Wie kriege ich die Gasmaske wieder ausgezogen? Ah, länger gedrückt halten. Okay, N. Ne, N ist immer noch nicht funktionierend hier mit dem... Äh... Mit dem Nachtsichtgerät. Ist okay. Wir haben unsere Schwierigkeiten, aber... Das soll uns nicht länger aufhalten. Wir haben jetzt hier wirklich... Wirklich aufgeräumt. Wir sollten uns trotzdem etwas zurückhalten. Etwas... Ich höre doch jemanden. Da! Ach du Scheiße. Kleinen Moment. Na der war doch gut, oder? Ja genau. Hast du mich gefunden? Du hast mich... Au! Sag mal mal so, ihr hattet mich gefunden, ja? Das ist eine Vergangenheitsform. Das ist jetzt vorbei, ne? Hier raucht es noch ein bisschen, aber... Jetzt komm wir wieder... Perhaps! Au! 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 Hey! Was soll denn das? Das macht man nicht hier. He? Was wollt ihr? denn? Hm? Was wollt ihr? So, schnell hier einsammeln. Noch hier einsammeln. Und hier einsammeln. Wunderbar. Dankeschön. Gut. Läuft. Was haben wir hier noch? Können wir hier runter? Hm, finde ich jetzt keine gute Idee. Ja, dann gehen wir mal noch hier so schneller weiter. Mal ein bisschen hier vorankommen. Ich meine, wir sind jetzt nicht so deutlich weit gekommen. Dafür haben wir ordentlich aufgeräumt schon. Oder wer? Nein. So, dem Lokomot noch geben. So. Wer hat denn noch mal aufzuschießen? Können wir F machen? Äh. Jetzt wird auf jeden Fall mal gespeichert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier können wir uns doch vielleicht ein Muni-Kit holen. Nein, wir haben fünf. Ist okay. Gut. Alles klar. Hier haben wir auch nachgeladen. Hier haben wir nachgeladen. Ja, dann. Das ist jetzt die Frage hier runter. Empfinde ich für eine ganz schlechte Idee. Deswegen bleiben wir mal besser hier oben. Hier ist aber nichts zum Lesen oder so. Ne, ich denke, hier ist alles soweit gut. Ja, der Abschnitt war jetzt ein bisschen, ähm, fragwürdig. Sagen wir mal fragwürdig. Was ist das da? Das ist so ein Gewehr, so ähnlich wie das hier. Dann brauchen wir das nicht. Dann kannst du da liegen bleiben. Das ist okay. Hier haben wir allerdings noch Munition. Die nehmen wir natürlich gern mit. Und jetzt gehen wir runter. Und ich denke, die, die jetzt hier unten waren, die kamen natürlich alle hochgerannt. Und deswegen sind wir jetzt erstmal hier sicher. Ich sagte, wir sind sicher. Ich hoffe, wir sind das auch wirklich. Dann können wir uns gerade hier so ein bisschen umgucken. Aber das ist ja relativ übersichtig. Und deswegen sehen wir auch alles. Und ich denke, wir müssen... Wir müssen nach links. Können wir hier hoch? Nein, ich glaube nicht. Wir können ja mal dieses komische M hier drücken. Ah ja, klar. Ähm, M. Jetzt nach rechts. Ja gut. Was ist das Grüne hier? Ah, Messer. Ah, hier hat jemand Messer reingeworfen. Alles klar. Wer, 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 wer? Von wo kommt denn hier noch so ein paar Schüsschen? Ja, kriegen wir wohl früher oder später noch raus. Hier über uns ist natürlich noch Antwort im Gange. Jetzt wird wieder gespeichert. Das finde ich gut. Das ist immer ein gutes Zeichen. Hier liegt wer. Der ist sich am Ausruhen. Okay. War wohl ein schwerer Tag für ihn. Da kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, ja. Nochmal gespeichert. Dann ist hier nichts los. Hier auf die Rohre. Bringt uns das so noch nicht viel. Wir wollen ja nicht... Wir wollen ja nicht da runter springen. Wir müssen schon gucken, dass wir vielleicht etwas höher kommen. Hier kommt wieder dieser Piu-Schüsschen. Mach das noch mal aus. Genau. Gute Idee. Dann ist das... Moment. Wir wechseln mal gerade zur Schalldämpferwaffe. Da blinkt das noch irgendwie. Ah, die sind umschlafen. Okay, jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier. Du sollst leise sterben. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Das ist eine gute Waffe. Wir hatten uns das... ... etwas leiser über die Bühne bringen können. Ich glaube, hier können wir uns einigermaßen bewegen. Hier können wir uns wieder eindecken. Nanka. Nanka. Okay. Können ja vielleicht noch... Da hinten kommen noch Schüsse. Wir gehen einfach mal hier hoch, weil wir hier oben... ...den einen rumgebracht haben. So, hier haben wir aber alles so weitestgehend. Hier könnten wir jetzt auch hier durchschießen. Aber anscheinend nicht nötig. Weil wir sehen jetzt nicht wirklich hier den Gegner. Auch wenn da hinten wohl welche sind. Ähm. Wir gucken mal gerade. Hier haben sie wieder ein Klo. Oder sowas in der Art. Ein schöner Klo. Ganz klar. Auf jeden Fall ein schöner Klo. Was haben wir hier? Was? Wer bist du denn? Das ist eine interessante Pulle an. Okay. Hier ist jetzt eine Lampe. Der ist. Machen wir gerade an. Oh. Ich soll das F drücken. Kein G. Okay. Ähm. Hier kann man jemanden anrufen, glaube ich. Wenn man will. Ah. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Kasten dazu finden. Und dann kriegen wir wieder... Was war jetzt? Okay. Was ist das? Kann man das bedienen? Sprungzähler? Äh. Nein. Ja. Ja. Oh. Kaputt. Alles klar. Dann haben wir, glaube ich, unsere kaputte... Was ist das? Was ist das? Plümpchen. Lebendige, atmende Plümpchen. Blätter. Na ja. Äh. Okay. Gut. Hier mal nichts weiter. Ich habe die Befürchtung, dass die Richtung hier richtig ist. Äh. Wir ziehen mal die Gasmaske an. Ja, Moment. Ich wollte mich gerade noch da umgucken. Können wir uns gerade noch da umgucken, hier? Also hier kommt so... Hier ist, glaube ich, ein Rohrbruch gewesen, weil da zieht er ziemlich vom Wasser heraus. Gut. Ansonsten sehen wir hier nichts. Also gehen wir mal weiter. Ähm. Ja. Das ist der Save. Das ist gut. Das ist gut. Können wir direkt mal gezielt da hingehen. Und diesen öffnen. Und dann haben wir 150 Muni. Das war gut. Das war gut, dass wir das eine... ...rote Party, die ich schon... ...ai, ja, 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 ja. ...gefunden haben. Was ist denn jetzt? Wieder so ein Wauwau. Okay. Hier ist, wie gesagt, noch diese komische Waffe gewesen. Aber jetzt auch nicht. Da ist sie. Die sieht interessant aus. Ah, das ist so eine. Ah, das ist eine... Uh, okay. Hm. Ich meine, ich will die da trotzdem haben. Ja, tut mir leid. Ich stehe einfach nicht auf Shotgun. So. Wie schießt die denn? Wir probieren mal ganz kurz. Okay. Gut. Weißt du? Davon haben wir 219 Schuss. So wie mit der hier. Weil das ist dann dasselbe Magazin für dieselbe Waffe. Okay. Gut. Dann habe ich mich getäuscht. Dann geht es doch nicht wirklich da runter. Dann müssen wir uns hier... Gucken wir mal ganz kurz. Nähe. Nähe. Da lang. Es geht hier lang. Das haben wir uns schon fast gedacht. Macht das Feuerzeug aus. Dankeschön. Das können wir uns hiermit noch eindecken. Ja, dann... Gehen wir mal gerade aus, ne? Hier unten war ja auch kein Buch mehr. Paranormal Activity. Der Stuhl hat sich bewegt. Ich habe es genau gesehen. Moment, dann holen wir doch mal das hier. Wir sehen die Schüsse. Wo? Wir sehen die Schüsse. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt jemanden dann... Ah, da. Treffen wir den? Also ich sehe ihn. Aber ich glaube, es juckt nicht weiter, dass wir... Ja, klar. Ihr könnt mich treffen, aber ich euch nicht. Das ist mal wieder total fair. Ja. Hier liegt noch einer. Den Humann sitzt man gerade hier. Auch wieder müde. Da. Oh, den haben wir jetzt getroffen. Da kam aber jetzt kurz das... Ypsiliges Fadenkreuz. Ne, der lebt noch. Wo ist er? Mach doch den zu hell. Wir wollen dich noch treffen. Hm. Vielleicht... Ja. Komm. Dann gehen wir mal hier noch vorbei. Okay. An diesen... ...leicht kaputten Panzer. Okay. Hier runter können... Jawohl. Keine gute Idee. Können wir hier... Oh, Goddammit. Oh. 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 Vielen Dank.